So ein Tag, ja. Jetzt wird es wirklich die Enden für mich. Für uns war das sehr wichtig, weil wir haben gesehen, es gibt ganz tolles Interesse für solche Dinge. Da wird ein Baum ums Herz. Und in der Kirche ist besonders das Publikum auch immer so toll, weil wir im Schützenhaus sind und heute haben die Stimmung, das ist wirklich toll. Dieser Abend ist ja auch ein Blick gerade im Kultzau. Aber ich habe eine Kurzwelle für euch und ich habe wirklich Spaß gehabt. We all have a blues tonight! We all have a blues tonight! 1977 habe ich das Gebete gegründet, zusammen mit den alten Leuten. Und 1977 ist unser Schlagzeug auf die Welt gekommen. 1. 1. 2. 3. 3. 4. 5. 6. 6. 7. 9. 7. 7.